Kann man Lipome mit der Lipolyse auflösen? Das wäre schön, aber geht leider nicht. Wenn man das versucht, dann passiert dieses hier. Dieses Lipom, was wir operativ entfernt haben, wurde fünfmal versucht mit der Lipolyse aufzulösen. Und das Einzige, was passiert ist, war, dass sich einzelne Ölzysten gebildet haben, also kleine glasige Knötchen, in denen das zersetzte Fett gespeichert wird. Aber es gab keine komplette Rückbildung des Lipomes, ganz im Gegenteil.